Hallo liebe KiKat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die KiKat-Version 8. Hallo liebe Lehrgangsteilnehmer, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir jetzt eine Aids-Schablone drucken. Dazu gehen wir erstmal hier in unseren Schaltplan rein und schmeißen erstmal einige Sachen raus. Und zwar hat das folgenden Hintergrund, erstmal hier diese Footprints alle weg, die wir hier gesetzt haben. Und zum Aidsen von unserer Platine müssen wir jetzt folgendes sagen. Wir haben ja jetzt Leiterbahnen hier auf der Ober- und der Unterseite. Das kann man machen, man kann Platinen auf beiden Seiten Aidsen, man hat aber dabei das Problem, dass man die beiden Schablonen, die man ja zum Belichten drucken muss, exakt positionieren muss. Und zwar ganz exakt, dass man hier die entsprechenden Bohrlöcher trifft und dann nicht daneben sitzt. Wir wollen nur die Unterseite Aidsen und deswegen schmeißen wir mal hier oben die Leiterbahnen von der Oberseite raus. Und dazu können wir mal hier oben reingehen und sagen, hier entweder interaktives Löschwerkzeug nutzen. Geht auch hier rechts über den Button. Und ich kann jetzt hier so einzelne Leiterbahnen löschen. Das ist aber recht umständlich. Wir machen das anders. Wir können jetzt sagen, globales Entfernen. Und wir schmeißen mal hier Leiterbahnen und Bias alle raus. Und zwar nur auf der aktuellen Lage. Wir sind ja auf der, halt, dazu müssen wir nochmal abbrechen. Wir gehen auf die obere Lage. Wir wollen von der oberen Lage löschen. Also wechseln wir hier in die richtige Lage. Gehen jetzt hier ins globale Entfernen. Sagen, wir wollen Leiterbahnen und Bias raus. Und das eben nur auf der aktuellen Lage. Die Unterseite wollen wir behalten. Wir sagen OK. Und damit ist jetzt unser Spaß hier erstmal raus. Jetzt müssen wir natürlich noch wieder neu routen. Und ich melde mich gleich zurück, wenn wir dann alles auf der Unterseite geroutet haben. Die Platine ist jetzt neu geroutet. Wir haben jetzt alle Bahnen hier auf der Unterseite. In so einem Fall, wenn man mal eine Platine neu routet, empfehle ich hier nochmal zwei Werkzeuge laufen zu lassen. Hier unter Werkzeuge. Nämlich Leiterbahn und Bias aufräumen. Und dann können wir mal sagen, wir wollen hier Bias löschen, die eben nicht mehr verbunden sind. Oder Leiterbahn-Reste, die mit einem und Bände nicht verbunden sind. Und dann sagen wir fertig. Und wir sehen, hier hat jetzt hier nichts geändert, weil das hier schon alles weg war. Dennoch ist es ganz sinnvoll, das mal laufen zu lassen, damit man sich hier nicht unnötige Reste einfängt, die dann eventuell in der Belichtungsschablon auftauchen. So, jetzt haben wir das. Wir wollen ja nicht alles weg ätzen. Wir wollen ja ein bisschen materialsparend sein. Deswegen legen wir jetzt hier nochmal so eine Fläche an, wie ich das schon mal im Video gezeigt hatte. Gehen hier drauf. Wir legen diese Fläche auch mal auf Ground. Wir lassen das auf der Unterseite. Oberseite braucht man in dem Fall ja jetzt nicht. Legen das hier wieder einigermaßen sauber ab. Umriss schließen. Wir beenden das Werkzeug, drücken die Taste B. So, jetzt haben wir also hier unsere Unterseite. Jetzt lassen wir abschließend einmal den DRC-Check laufen. Schauen nochmal, ob wir irgendwelche Fehler haben. Haben wir jetzt nicht. Das heißt, wir könnten jetzt mit dem Plotten beginnen. Und da gehen wir hier oben auf, auf Plotten. Halt, bevor wir Plotten, möchte ich euch noch zwei Dinge zeigen. Und zwar hier die Darstellung. Über diese Buttons links kann ich hier diese Zonenfüllung ein- und ausblenden, indem ich hier diese beiden Buttons wechsle. Einmal hier nur als Umriss darstellen oder eben als Füllung darstellen. Dann haben wir hier unten noch auch die Bauteildarstellung. Die können wir uns hier entsprechend als Umriss bzw. als Volldarstellung darstellen lassen. Dann haben wir hier auch die Pads. Gehen wir mal hier oben drauf. Können wir hier Pads entsprechend. Ah, das ist die VIA-Darstellung. Wenn wir jetzt also Vias hätten, könnten wir hier die Vias umschalten. Ich füge mal beispielhaft eins ein. Und dann könnte ich mir jetzt hier die Darstellung entsprechend als Umriss oder als Vollbild darstellen lassen. Ich beende mal das Werkzeug, werfe hier mal das VIA wieder raus. Das gleiche gilt jetzt hier für die Leiterbahnen hier unten. Kann ich mir also so darstellen lassen oder so. Das sind also Darstellungsfragen, je nach Geschmack, wie man das eben gern hätte. Zumindest was die Zonenfüllung betrifft, ist diese Darstellung manchmal gar nicht schlecht. Das sich die mal auszublenden, dass es ein bisschen übersichtlicher ist. Gut, also wir wollen jetzt unsere Belichtungsschablone drucken. Da gehen wir hier oben auf Plotten. Und was wählen wir uns jetzt hier aus? Wir wählen uns jetzt hier alles mal ab, was wir hier nicht brauchen. Sämtliche Layer. Wir brauchen nur B Kupfer, also B für die Unterseite Kupfer. Wir wollen auch keine Footprint-Werte zeichnen, keine Referenzbezeichner und dergleichen. Wir wählen hier oben PDF aus, das ist wichtig. Das brauchen wir also auch alles nicht. Was wir machen müssen, ist ein gespiegelter Plot. Wir brauchen das spiegelverkehrt. Bei Bohrlochmarkierung gehen wir auf Klein, weil wir das auch also unsere Bohrlöcher entsprechend dann bohren möchten. Und den Rest dieser Einstellungen können wir jetzt erstmal im Wesentlichen so belassen. Gehen auf Plotten. Jetzt wird uns hier also eine PDF erzeugt. Die sehen wir jetzt auch hier im Tutorial. Wenn ich jetzt hier einen Doppelklick drauf mache, hat er schon freundlicherweise für uns den Akrobat-Reader hinterlegt zum Öffnen. Und jetzt kann ich hier entsprechend reinscrollen und so hätte ich jetzt meine Belichtungsmaske erstellt. Die könnte ich jetzt ausdrucken und meine Platine dann entsprechend ätzen. Wir sehen jetzt auch hier, die Bohrlöcher sind hier schon etwas, die werden hier schon auch mit zentriert ausgeätzt. Das heißt, ich kann dann auf diesen Punkt auch exakt meine Bohrlöcher setzen. Soweit erstmal dazu, dann könnt ihr eure Platine erstellen, eure erste. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.